Lalalala, 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 lalalala. Servus, Grüßt und Hallo. Ja, Mitarbeiter ist seit... Ne, ich stecke mir trotzdem keinen Finger in den Arsch. Ja, ich habe bemerkt vorhin, als ich... Also, dass ich eine Rüstung trage. Lol, gell? Ich habe vorhin eine Rüstung getragen, also in der Lobby. Oder war es Lobby? Ne, in der Lobby, also in dann in SG. Und wo es dann der Countdown kam und ich habe eine Rüstung getragen. Finde ich ziemlich geil. Weil ich habe dir... Pass auf, es beginnt. Ich habe ja persönlich keine Rüstung angehabt bei mir. Also daher... Nein, rein weg. Und daher, dann war das also, ich habe keine Rüstung an bei mir. Lol, da schlägt mich einer runter. Komm schon. Hast du es? Komm, lass gehen. Und dann habe ich halt... Ich sehe das ja nicht, dass ich Rüstung an habe. Das sehen ja nur die anderen, ne? Also daran merkt man das auch nicht, wenn ich jetzt eine Rüstung tragen würde. Merke ich das nicht. Der Taric, der wird das sehen. Ich würde dann sagen... Boah, ich trage eine Rüstung? Ähm, da hinten ist noch eine Truhe. Sollen wir dann gleich Bahnhof gehen? Lass dann gleich über den Bahnhof. Ich glaube, es geht schneller. Gehst du, oder soll ich hier... Ich gehe mit dir mit. Du bist da, oder... ...müsste ich dir ja nichts passieren. Geht du mal... Ich würde dann mit dem Turm hochgehen und dann ins Wasser. Ja. Okay, okay. Wir dürfen halt, es darf keiner draufgehen. Denk daran. Für scheiße. Ich habe nur eine Angel. Ja, ich habe gar keine Waffe. Eine schlechte Rüstung. Ja, die bekommst du noch. Ganz sicher. Ganz sicher. Ich bin hier der Ball. Ich bin hier drin. Okay, TNT haben wir schon mal. Kommt ja schon mal gut an. Zack, ich habe ein Schwert, Gold. Das ist ja nicht so. Mit einem Texturenpack habe ich nicht mal bemerkt, was TNT war. Und dann habe ich... Nein! Fliege ich hier jetzt wieder runter. Und dann habe ich halt nicht bemerkt, dass ich... So was halt... Ich habe solche Schwerte. Also... Da habe ich es oben drauf und... Und dann habe ich halt nichts unterscheiden können voneinander. Und das war dann bis zum Achtung. Und da habe ich halt nichts unterscheiden können. Und dann habe ich dann nicht bemerkt, was ein Schwert ist. Also voll das Scheiß-Text-Höntag fand ich geile Quali, aber... Aber insgesamt war einfach scheiße. Und man hat nicht erkannt, was ein Schwert war. Und man wusste nicht, was ein Schwert war. Also, ähm... Das war ein bisschen... Scheiß nicht. Ich denke jetzt gerade... Ah, ich vergesse. Bogen und Pfeile und einen Brustkorbengalm. Leul, ich habe einen guten Brustkorb für dich. Ja, was für einen? Eisen. So, ich mach dir. Weil ich kann man gerade noch... Halt, nee, ins Wasser. Nee, warte, warte, geh mal weg. Ich komm gleich. Ja, Eisenschwert, Schuhe, Essen. Äh, ich mach das jetzt gemein. Ah, ich habe einen Eisenbrustpanzer. Kannst du reinwerfen in den Wagen. Da geht so nie einer hin. Okay, hast du Schuhe? Ja. Gut. Na, toll. Und die Schuhe will ich auch nicht. Wo bist du denn? Ich hab schon... Was hast du für ein Schwert? Ich kann's mir die Kartoffel geben, gell? Ich kann's mir die Kartoffel geben, die vergibt sich, du... Du scheiße, du... Klein-Lex-Signal-Rüstung. Los, ich weiß nicht, was du willst. Du siehst, das nenne ich nicht. Äh, ich weiß ja nicht, bei mir lebt das gerade. Da, aber nimmst nix. Auch, alterisch. Nee. Jetzt, hast du's. Ich hab grad eh ins Geld. Ich weiß nicht, was du brauchst, ist, als du siehst, du rausgeschmissen. Nee. Nee, der ist lieber die vergifteten Kartoffeln. Okay, lass mal irgendwelche angreifen. Gewösenbogen. Alter, wie er da springt, weil ich muss das aus Kühn schicken. Äh, er hat bessere Rüstung, besserer Schwert. Aber ich hab Bogen und TNT-Block. Und ich hab ne vergiftete Kartoffeln. Kartoffeln. Ich hab vergiftete Kartoffeln. Ja, ich mach's jetzt schon nach. Das Wichtigste. Da ist einer. Siehst du, bist du bei mir? Hast du einen Ahnen? Ja. Ob mich. Komm, ich nicht. Komm, ich nicht. Nein, doch. Nein. Ich bin geblieben. Danke. Ich könnte meine Pfeile jetzt verbraten, aber will ich nicht. Danke. Oh, aber gut, aber gut, aber gut. Alter, jetzt, ich kann nicht mal schneller, ich kann nicht mal schneller. So, jetzt geht's gut. So, jetzt geht's gut. So, jetzt bin ich vor dir, ne? Ich kann, ich kann dir jetzt nicht. Das ist irgendwie dumm. Scheiß, ich müsste es nicht machen. Nein, so dumm ist er jetzt nicht, oder da geht's ja nicht lang. Spaß. Loll. Du bist du hochkommst. Hä? Ach, der rennt da. Ich hab' sie gar nicht mehr gesehen, scheiße. Ich hab' sie gar nicht mehr gesehen, ich hab' andere hier. Ist klar, dass dann rechts lange, wenn das wichtig ist, das wüsste ich. Das noch an den Kopf nicht schleppt. Alter, man, der regt mich auf. Du bist jetzt schon nachts. Ach, mein Arzt ist echt am Arsch. Ah, Mann. Tromm ihn. Tromm ihn, schlucki, schlucki, schlucki. Jetzt ist er tot, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Du hast ein Bier. Ein Goldschwein, äh, ein Steinschwein für mich. Aber Kassbach. Ja, alles bekommt es jetzt nicht wieder. Kollege. Gut, dann lass mal rennen, Busch. Busch, Busch, Busch. Nö, ich will es nicht. Wir nehmen dann auch den anderen Freak. Freak. Warum den Rhein der Scheide? Jetzt sind wir noch zu sechs, es geht manchmal vor der Unterschied. Bei vier geht's los, der Fendt, glaub ich. Ich würde mal gern wieder nachmachen. Ja, bei vier. Ich geh mal mit dem Husten rein. Ich sag auch schon jemand. Wer da kommt mal wieder nicht rein. Was auch geht. Diamanten. Wir haben einen Diamanten. Gut, ich hab's dir. Sorry. So. Ach. Und Pisse. Essen. Nein. Ich hab das Essen. Okay. Ich hab alles. Du hast. Du hast. Du hast. Braucht nur noch. Na Angel. Äh, ist da hinten einer? Mhm. Aufm Berg. Auf dem drauf, würde ich sagen. Hast du das zu blauen? Möcht nicht, aber hier irgendwie denke ich mal an. An die blauen Bergkommendien. Ja, von der Reise. Der, der hängt. Oder der, der ist auf Kader, der besiegt sich nicht. Als ich den vorhin schon gesehen habe, schon der schon so gut ist. Du hast es noch. Mhm. Bis dann. Jetzt bewegt er sich. Komm, ja, ha. Das ist mein Köln. Auch ich bald mal die Axt bei mir. Man gibt ihn auf dem Eis, musst du noch eins. Ja, komm. Ich hab einen besseren Helm. Komm. Nee. Ich kann ihm eins anbieten. Ich geh mal kurz auch rein was machen. Ist's egal. Die Lava, die wird uns eh nix an tun. Leer? Alles bis jetzt. Ja. Warte, schon. Meistern mit Zeugnungs. So. So ein Homo. Sieben. Ach. Gute Nacht. Mama. Damage. Los. Sind die Team? Ah ne, die sind kein Team. Der hat auch ne Axt. Dann kill ich den erstmal mit der Axt. Was machst du eigentlich? Du stehst da hin. Der will jetzt keinen Kuchen fressen, oder? Oh, gekillt bevor der will. Fucken Kuchen. Oh mein Gott, Kuchen fressen. Alter. Wieso? Triple LP heißt der. Aber du wirst nicht mehr lange leben. Ah. Du first. Du bist ein first. Ey. Oh, sorry. Nein. Killing, killing, killing. Ich hab noch ein Leben, Alter. Ich erst grad mal was mit Kuchen. Warte, komm mal her. Ich hab ne bessere Hose. Ah, hier ist ne bessere Hose. Ich hab einen. Hier. Ach so, ja, danke. Zwei Diamanten, Scheiße. Und ne Angel. Ist aber nicht. Hast du einen Bogen? Hast du einen Pfeiler? Ja. Gut. Dann ist das fair. Ich hab zwei Diamanten, aber ich schmeiß mir mal zwei Kehlchen. Ja, das bringt's. Hast du eine komplette Rüstung? Das bringt's. Okay. Ja, komplett raus. Okay, lass mal los. Deswegen, bereit? Stein. Ja. Eigentlich sind wir jetzt gleich. Warte, mein Aufnahm war gerade zu Ende. Bereit? Okay, in 3, 2, 1, go. Lol, nein, du hast jetzt den fucking Mod nicht reingem... Alter, nein, oder? Das ist unfair, Mann. Das finde ich jetzt unfair. Du hast, du hast diesen, du hast diesen scheiß kleinen Mist. Du hast diesen kleinen fucking... Weißt du was ich mein? Ich mein Option, dann bist du Grafiker in Schnee, dann bist du Sichtfeld und hast auf Pro eingestellt. Ne. Leute, wieso will denn wir uns jetzt Band-Team mit... Team? Wir haben gar kein Team gemacht. Wir müssen nicht gegenseitig geschlagen, der Scheiße. Und dann regt er sich darüber auf, gell? Also er regt sich jetzt darüber auf. Ja, kein Team. Äh, wir haben kein Team gemacht. Wir haben uns nur gegenseitig nicht geschlagen. Ja, und er hat's aufgenommen. Wie kann er es aufgenommen haben? Er meint, ja, dann zeigen wir ihnen unsere Aufnahme, aber das war nämlich kein Team. Wir haben... Wir haben... Klar, wir haben Team gemacht, aber wir haben nicht im Deathmatch-Team gemacht. Ich hab's aber auch ein paar Mal geschlagen. Ja, wir haben uns gegenseitig sogar geschlagen. Ich hab... Hat nämlich... Äh, lebensabzug. Okay, das nennt man aber... Nur weil man verliert, tut man... Äh, will der jetzt irgendwie so... Ey, wir bangen dich! Er kann uns spannen, aber er kann uns uns... Ach, es ist mir egal, wenn die... Ich sag das keiner, es ist mir egal. Ja, aber es ist trotzdem unfair. Weil, guck, solche Homos gibt's dann, die dann irgendwie, weil... Weil irgendwie, weil sie verloren haben, denken sie immer gleich, ja, jetzt muss ich den und den verpfeifen, dass, dass, ähm, dass die auch Anschluss bekommen und sowas, was? Und dass die rausfliegen und sowas. Außen bekommt man nicht schon einen Bann durch einmal Deathmatch-Team-Spiegel. Ja, ey, wirklich geil. Okay, jedenfalls war eine schöne Runde. Und wir sehen uns in der nächsten. Schaltet wieder ein, wenn's soweit ist. Und nächstes Mal, du hast eh ins viel Leben damage... Äh, eh ins die Damage mehr gemacht, gell. Du hast doch, du hast es aus Sichtfeldbrot eingestellt. Nee, da hofft nicht, gell. Kannst du bei meiner Aufnahme gucken? Das ist gar keiner gemacht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein, wenn's soweit ist. Bis bald. Ciao. Tschüss.